Will this, feel this, feel this way, forget about us I'm sorry, Miss Jackson Ooh, I am for real Never meant to make your daughter Soja, 1. Folge Minecraft Dropper Wir spielen heute mit Zinus Hi, was geht ab, Leute? Na, und nicht wundern über meinen mega komischen Skin Denn auf dem Hype-Server ist genauso wie auf dem Revi-Server Ich bin einfach ultra komisch genickt Auf jeden Fall spielen wir heute zum 1. Mal, glaube ich, auf meinem Kanal Und auch auf Zinus-Kanal, denn auf Zinus-Kanal kommt heute auch eine Folge Dropper Ich bin gespannt, das ist auf dem Hype-Server Da habe ich auch ewig nichts mehr gespielt Doch, ich glaube, wir haben mal gespielt Stimmt, haben wir letztens mal gemacht Na, also ist schon lange her jetzt wieder Ja, ja, die lustige... Wow, wow, wow Alter, ich habe das überlebt Ich bin runtergefahren, auf den Block gefahren Ich auch Ich habe es überlebt What the fuck? Was ist das für eine Map? Ey, die Map ist mega Oh, ich sehe das Wasser Ich weiß, wo es ist Aber ich komme da niemals hin Alter, ich bin gerade neben dir Wer das Prinzip von der Dropper nicht kennt Man muss hier sozusagen Oh, oh Oh, das war zufällig nach unten gekommen Man muss hier unten Echt, als ob? Doch Ich sag Ey, Zinus Ja, ist voll unfair Wie kann man so viel Glück haben? Tja Ne, auf jeden Fall, man muss hier nach unten kommen Ohne zu sterben Halt im Wasserland Und... Ah, was ist das hier? Ey, ich habe es schon wieder First Try, Junge Als ob du so gut bist Samurai 2X ist vor mir Mit dem battle ich mich gerade so ein bisschen Und... Oh Gott Was ist das? Das ist eine mega geile und easy Map, Alter Ohne Witz Du bist es total Oh, ich habe es geschafft Alter Bist du immer noch bei der ersten? Ja Aber... Hä? Das sind noch voll viele Ohne Spaß Ich finde das Portal nicht Der andere auch nicht Wo ist das Portal, Leute? Hä? Die Map ist ja... Oh Hä? Was? Aber nicht bei der zweiten Map, ne Bei welcher? Hä? Nein, bei der dritten Hier gibt es kein Portal Dave gibt es ein Portal Der erste hat es... Okay, Leute Doch ihr... Oh mein Gott Was ist das denn? Alles ob Alles ob Wow Hast du es auch gefunden? Ah ja, lol Jetzt hat es jeder gefunden Du hast es jedem gezeigt, ne? Und der Typ, der als erstes schon gewonnen hat Ich wette mit dir Der kannte einfach das schon, weißt du? Ja, aber ich denke, dass das so... Oh Gott Ich denke, dass das so die richtigen Sucht, die es halt gut kennen, ne? Also die, die das richtig suchten Ja, das meine ich ja auf jeden Fall Ich meine, wenn der eine das jetzt schon geschafft hat und... Oh, 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 nein! Hast du es geschafft? Nein Dieses eine Glas? Ja, das schon Aber danach kommt das... Ich hab es noch nicht... Ich hab es nicht einmal geschafft bis jetzt, ne? Ja, ich hab es auch erst einmal geschafft, aber unten ist richtig mies Oh, wieder geschafft, wieder geschafft Jetzt, jetzt, jetzt Alter, pass auf Als ob das so schwer ist Zack Oh, oh, oh Nein! Ich hab gewonnen Zieh, was ich gucke dir zu Bin so mega schlecht, ne? Na Hast du es gesehen? Wie so ein Amboss Du bist nicht mal im Ranking Loll, als ob Also Minus Dudes Fan ist vierter, das ist ein wirklich guter Spieler gewesen, muss ich sagen Oh, das Holy Map ist ja richtig sexy Okay Ich verstehe schon jetzt, wie die Map funktioniert Ah, ja, ich merke auch gerade, Slime Und dann wahrscheinlich... Ich denke, als erstes auf den in der Mitte, dann links oder rechts Leidlich, ja, ja So hab ich's gern Oh, yo Fünf, vier, drei Zwei, eins Ey, ich verstehe Oh, ich verstehe diese Map nicht Oh, 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 oh Ich hab ein Herz, Sinus Alter Oh, ich hab's geschafft Okay, das war easy, Leute Aber hast du zuerst in die Mitte gejumped oder nicht? Ja, zuerst in die Mitte, dann bin ich auf einen Block gefallen Und hatte noch ein Herz Fuck, ah, so überlebst du das, ne Ich hab's gerade gemerkt Was ist das für eine kranke Map? Oh, ich hab's geschafft Alter, das wär easy Fuck, wieso bist du immer so gut und nicht so kacke? Gute Frage, Sinus Nice Selbstoffenbarung Ne, Leute, auf jeden Fall wollte ich da was ansprechen Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr meinen Livestream mitbekommen habt Also ich müsste geleistet haben am Wochenende Ich hoffe einfach, dass hat alles geklappt Denn dieses Video kommt, wie gesagt, am Sonntag Und zwar, ich bin in einem neuen Raum Ich bin nicht mehr in meinem Kinderzimmer Moment Okay Ich bin nicht mehr in meinem normalen Raum Sondern ich hab jetzt, ähm, sozusagen im Haus einen anderen Raum Und da steht wirklich nur mein PC drin Das ist so ein Aufnahmeraum Der ist aber Alter, ich bin an der Seite langgeschlappt, okay Der ist sozusagen noch nicht komplett fertig Ihr wollt gar nicht, wie es sich gerade aussieht Ich werde davon kein Foto machen, ja Weil, davon wird's noch ein Video irgendwann geben Ich hab bisher versprochen Foto, Foto Auf jeden Fall liegen hier gerade überall Decken um mich Irgendwelche Winterkleidungen in Kartons Damit der dumme Schall weggeht Weil ich hab noch keine Schalldingerplatten da Musikplatten Äh, und deswegen Sieht das erst ein bisschen komisch aus Aber ich hoffe, das funktioniert von der Audi alles Von der Audi, von der Audio So, und Alter Bist du auch schon mal in der Alien-Map? Äh, wie... Ah, hier unten ist das Portal Als ob er das schon beendet hat Das sind so... Alter, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben Ob ihr das ab und zu zockt Ob ihr darin gut seid Weil es gibt manchmal so Maps, ne? Zum Beispiel diese eine von... Mit dem Auto, ne? Ja Die war so easy So... Da war einfach nur das Portal so mies versteckt Und jetzt ist gerade hier sowas Ich komm einfach nicht noch klar, ne? Wir müssen noch was ansprechen Äh... Ja, ich weiß Fuck Ah, verdammt Und zwar, Leute Wir haben vor In nächster Zeit Viel miteinander zu machen Das heißt, in nächster Zeit wird viel, viel, viel Cooles auf euch zukommen Unter anderem Lucky Blocks Wahrscheinlich auch so ein bisschen was In die Richtung hier noch Und, ähm... Ja, seid auf jeden Fall gespannt Das wird es dann immer auf unseren beiden Kanälen geben Und... Genau Ja, das wollte ich einfach mal sagen Weil wir haben ja wirklich lange nichts Werbung gemacht Hast es halt Zeiten irgendwie, ne? Ja, mega, ne? Ja, mega lang Viele haben auch gesagt Mach mal wieder was zusammen Zumindest bei mir Haben wir uns ein paar coole Sachen überlegt Ohne Witz Also, Leute Es wird auf jeden Fall spannend Die... Ja, wie sollen wir sagen Die paar nächsten Wochen Die nächste Zeit mit uns, Leute Bleib dran Stay active Zupame Und Kylo Hey, au... Hä? Wie geht's denn danach weiter? Ich bin grad durch das Loch gekommen Wieder, aber... Wacht, welches Loch? Das grüne? Ach, ey, gibt's zwei Löcher Lol, das grüne sieht ja viel einfacher aus Ja, ist es ja auch Oh, bin ich do... Okay, das ist doch gar nicht so einfach Nein, 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 nein Alter Aber es ist mega schwer zu schaffen Noch 19 Sekunden Ich glaub, das ist das letzte, ne? Zack Äh Ach, da unten ist Slime, oder? Ey, du schaffst grad... Nee Echt jetzt? Ja, ich hab's grad gesehen Da unten ist so grüner Slime Zack, zack, zack Ja, ich seh's Oh, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's Jetzt nach unten, nach unten Wie viele Sekunden hab ich noch? Oh, 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 nein Nein Bin diesmal ein Mädchen Ich bin gespannt, ob das irgendwie Vorteile bringt Wer weiß, der weiß Ey, klar Mädchens gehen immer viel besser, auf jeden Fall Guck mal, wie du mich Zinus anguckst, Alter Was bist denn du für ein Spinner? Oh, ich guck eigentlich noch runter Ja, 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 ja Nein Ein Block daneben Nein, 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 nein Boah, meine erste Runde war so gut Oh, aber deine auch grade, ich hab dich gesehen Nee, ja, ich bin aber gestorben Ja, richtig mies bist du gestorben, ne? Du bist da ganz kurz davor gestorben So, über die Wolke, ne? Ja, direkt dieser Rauch, oder was das sein soll? Mushroom Map Das ist eine Pilz Map What the fuck? Ähm Und zwar mit Wieso schaffst du es immer vor mir, unten zu sein? Slimes Oh, ich hab's geschafft Bist du auch hier grade unten? Nö Ich weiß nicht, wo das Portal Ah, hier So Nee, nee, ich bin noch eins hinter dir Lol 2 Nein 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 Das ist... Oh, nein, Zinus Ich bin grad hinter dir Geh nicht nach unten, geb ich dir als Tipp Bleib da oben drauf auf diesen Slime Oh, ich seh das Portal Das ist ja so fies Geht auch Zack, zack, zack Weil die Map ist wirklich nicht schwer, aber... Nee, nee, man muss aber wissen, wo man hinspringen muss, ne? Huuuuh Verdammt, hier geht's wieder nicht Oh, oh Ey, aber ich bin vor dir Oh, ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Oh, oh Oh, oh First try, Alter Was ist hier los? Alles off Ich bin Profi Ich sag euch doch, Mädchenvorteile hier Zack Oh Das ist ne geile Map Die erinnert mich an die Elytra Map damals vom Revi Server Lol, die ist ganz einfach und ich hab echt so lange jetzt gebraucht Äh Äh Wo muss ich denn... Ey Hier hoch, oder was? Fuck, ja, geschafft Zack, zack, zack Wie viel... Bist du weit von mir jetzt? Verwöhnt, 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 komm schon, komm schon Komm schon Nein, nein Vier Sekunden Oder wie viel... Ne Nein Ich hab's geschafft Jawohl Aber ist das die letzte, diese Bienchen Map? Das ist keine Bienchen Map, das ist ne Olympiade Map oder so Keine Ahnung was Oh doch Oh, sorry, Tinos Ich zieh alles zurück Ja, ich wollt schon sagen, ey Also Ich kenn mich hier mit den Bienchen so ein bisschen aus Uh Fuck Ist das für ne Scheiße hier? Nein Fuck Ich war kurz vorm Ziel Hast du das gesehen? Nö Ich glaub du warst nicht kurz vorm Ziel Du musst doch mal ganz woanders lang Oh fuck, jetzt bin ich runtergefahren Fuck Nee, ich war noch nicht mal vorm Ziel Knapp Alter, Minus ist Fan schon wieder in den Top 5 Wirklich legendär Heutzutage an Mädchen Nicht einmal Nicht einmal Ja, Tinos Das liegt einfach daran Weil ich halt mit Gut Leute, dann würde ich sagen War's das mit der Runde Minecraft Dropper Guckt auf jeden Fall bei Tinos Kanal vorbei Abonniert ihn Und Wie gesagt, da gibt's auch eine zweite Folge Von Diesem Dropper-Fall Und dann würde ich sagen Sehen wir uns für nächstes Mal Macht's gut bis dahin Und Tschüss Tschö 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 Tschö